Willkommen zu einer Reise in die magische Welt der Kelten. Keltisch ist allein schon die Titelschrift, bekannt unter dem Namen Kelt, Ross Lair oder Stonehenge. Es ist eine Halb-Unzial-Schrift, wie sie vorwiegend vom 5. bis zum 9. Jahrhundert verwendet wurde. Das um 800 nach Christus entstandene Book of Keltz ist in dieser Schrift geschrieben und die heutige irische Schrift ist daraus abgeleitet. Was hat diese Schrift mit Tolkien zu tun? Nun, abgesehen davon, dass diese Schrifttype auch unter dem Namen Tolkien vertrieben wird, scheint es in den Augen vieler eine innere Verbindung zu geben. So dient sie etwa als Titelschrift der Zeitschrift Parmael Dalambron, die Tolkiens Texte zu seinen erfundenen Sprachen und Schriften veröffentlicht hat. Und auch im Film kommt sie an einer Stelle vor, nämlich auf einem Spruchband Happy Birthday Bilbo Baggins. Sinnigerweise in englischer Sprache, damit die Hobbits im Kino es auch verstehen können. Aber was hat es nun auf sich mit Tolkien und den Kelten? Um so viel vorwegzunehmen, es handelt sich um eine komplexe und nicht ganz widerspruchsfreie Beziehung. 1937, nach Veröffentlichung des Hobbits, übergab Tolkien dem Verleger Stanley Unwin ein Konvolut mit Manuskripten, darunter auch eine Frühform des Silmarillion. Der Gutachter lobte die Erzählung wegen ihrer Knappheit und Würde, wie er schrieb, obwohl ihm die keltischen Namen missfielen, weil sie in seinen Augen betäten. Außerdem schrieb er, die Geschichte habe, Zitat, etwas von jener verrückten, glanzäugigen Schönheit, die jeden Angelsachsen angesichts keltischer Kunst so betroffen macht. Zitat Ende. Tolkien schrieb hierzu, »Was ihr Lektor sagt, bereitet mir Vergnügen. Es tut mir leid, dass die Namen seinen Augen wehtun. Ich persönlich glaube, und hier traue ich mir ein gutes Urteil zu, dass sie gut sind und einen großen Teil der Wirkung ausmachen. Sie sind in sich stimmig und aus zwei miteinander verwandten Sprachstimmen gebildet, sodass sie einen Realitätsgrad erreichen, wie in anderen Namens Erfinder, zum Beispiel Swift oder dann Zeni, nicht erreicht haben. Überflüssig zu sagen, dass sie nicht keltisch sind. Ich kenne keltische Sachen, viele davon im irischen oder walisischen Original, und hege eine gewisse Abneigung gegen sie, weil sie so von Grund auf unvernünftig sind. Leuchtende Farben haben sie zwar, doch nur so wie ein zerbrochenes Kirchenglasfenster, das man planlos wieder zusammengestückelt hätte. Sie sind tatsächlich, wie ihr Lektor sagt, verrückt, aber ich glaube nicht, dass ich's auch bin. Tom Schippe meint dazu, »Doch die Ironie, die darin liegt, wird meist nicht gesehen. Tolkien hatte sein Bestes getan, um seine Silmarillion-Geschichte in dem Wenigen an echter angelsächsischer Tradition zu verwurzeln, das er finden konnte.« Doch das erste Mal, als sie einen Leser fand, war dieser Leser sicher, a, dass er ein Angelsachse war, wie sein Name Edward Cranshaw belegt, aber b, dass das Silmarillion nichts angelsächsisches hatte. Ein weiteres trauriges Zeugnis mag Tolkien empfunden haben für die völlige Taubheit der modernen Engländer, insbesondere gebildeter Engländer, für ihre eigene sprachliche Herkunft. Damit wir den Blick für die Herkunft nicht verlieren, greife ich nun ein wenig zurück. Es geht also heute um folgende Themen. Zunächst einmal, wer sind die Kelten? Dann, was ist die Mythologie der Kelten? Was wissen wir darüber? Wie ist sie überliefert? Dann geht es um die keltische Renaissance, also die Wiederentdeckung im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Dann natürlich um keltische Motive bei Tolkien. Und zum Schluss um keltisches in der Tolkien-Interpretation. Archäologisch sind die Kelten durch eine gemeinsame materielle Kultur und eine Ursprache Proto-Keltisch als Ast der indogermanischen Sprachfamilie charakterisiert. Wie man hier auf der Karte sieht, ist das Zentralgebiet in Mitteleuropa die sogenannte Haltstadtkultur aus der älteren Eisenzeit, also dem 8. bis 5. Jahrhundert. Vom 5. bis 1. Jahrhundert sprechen wir von der Lateinkultur. Damals haben sich die Kelten schon über ganz Westeuropa ausgebreitet, bis hin nach Kleinasien. Diese grüne Fleck da in der heutigen Türkei, das sind die Galater, an die der Apostel Paulus später einen Brief gerichtet hat. Ein Heerführer der keltischen Senonen namens Brennus, gallisch Brennus, plünderte im frühen 4. Jahrhundert sogar die Stadt Rom. Die Römer haben sich von diesem Trauma nie wieder erholt. Ein anderer Brennus fiel mit mehreren Stämmen 280 v. Chr. in die Balkanhalbinsel ein und wurde erst bei Delphi von einem griechischen Heer zum Stehen gebracht. Vermutlich handelte sich in beiden Fällen bei dem Namen eher um einen Titel, möglicherweise derselbe Name wie Bran, Rabe. Wie man heute sieht, sind die Kelten mehr oder weniger an den Rand Europas gedrückt worden. Im Mittelalter gab es noch Schottland, Irland, Wales, Cornwall und die Bretagne als keltischsprachige Gebiete. Heute sind nur noch die Zipfel davon Teile, wo es noch keltische Muttersprachen gibt. Die keltischen Sprachen zerfallen in zwei größere Zweige, die sogenannten geudelischen und die bretonischen Sprachen, auch Q-keltisch und P-keltisch genannt. Sie unterscheiden sich unter anderem mit dem Wort für Sohn, was im schottischen Gälisch und im irischen Mak heißt, wie halt in McDonald und in den bretonischen Sprachen Mapp. Also im einen Fall Q, im anderen Fall P. Einige dieser Sprachen sind inzwischen ausgestorben. Das Manx, gesprochen auf der Isle of Man, ist um 1980 ausgestorben. Heute gibt es laut Wikipedia wieder 28 native Speakers und etwa, oder ein paar hundert, die das als Zweitsprache sprechen. Wie gut oder wie schlecht, weiß ich nicht. Qumbrisch in Nordengland, in Qumbrien, ist im Mittelalter ausgestorben, sofern es überhaupt eine eigene Sprache und nicht nur ein Dialekt war. Und Cornish, Cornwall, da starb die letzte Muttersprachlerin 1777. Es gab wieder Belebungsversuche in den letzten Jahren, wobei die Sprache zum Teil aus dem bretonischen und kümbrischen rekonstruiert werden musste. Und es gibt keine Einheit der Formen. Es gibt mehr oder weniger zwei verschiedene konkurrierende Formen von Neo-Cornish heutzutage. Ich muss mich im Folgenden übrigens entschuldigen, wenn ich versuche, keltische Namen auszusprechen. Ich bin kein Keltologe und kann es eben nur so gut, wie ich es recherchiert habe. Die Mythologie der Kelten ist uns hauptsächlich aus Irland und aus Wales überliefert. Dort unterscheiden wir verschiedene Phasen oder Zyklen. In Irland sind das vier Zyklen, die vom mythologischen bis zum historischen reichen. Hinzu kommen noch die Imrama, das sind Geschichten über Seefahrten, wo die Legende von Brändern dem Seefahrer die bekannteste ist. In Wales haben wir die sogenannten vier Zweige des Mabinoki. Mabinoki heißt wahrscheinlich die Geschichte der Jugend. Und dazu im Einzelnen noch mehr. Dann gibt es Legenden und frühe Arthussagen und die sogenannten Triaden, auf die ich später auch noch eingehen werde. Fangen wir an mit der irischen Mythologie. Es gibt in Irland keinen Schöpfungsmythos. Das Land wurde ursprünglich als leer vorgestellt. Und es gab mehrere Einwanderungswellen. Die Fumoria, die Firbolg, die Tuhajidanon und die Milesier. Das wären dann sozusagen die heutigen Iren. Der Alsterzyklus, der hauptsächlich im Norden spielt, das sind Heldensagen um den nordirischen Helden Kuchullin, der so eine Art Sonnenheld ist, sagen wir mal so Anna Siegfried. Der Fenierzyklus, der wiederum dann im Süden spielt, geht über den Helden Fenmakul und die Fianna. Das sind so Geschichten in der Art von Robin Hood. Und der Königszyklus, schließlich sind eher historische Erzählungen über die frühen und vorchristlichen Könige, zum Teil aber auch mit magischen Elementen. Und im Rama, die Reisen in die Anderswelt, werden uns noch zu beschäftigen haben. Woher wissen wir etwas über diese Überlieferungen? Es gibt hauptsächlich drei Bücher bzw. Manuskript-Sammlungen. Das erste wäre das Levor Gawala Eren, das Buch der Eroberung in Irland, in dem die besagten Einwanderungswellen und die Geschichte der Tuachidanoon geschildert werden. Dann das Levor Nahuidre, das Buch der braunen Kuh, so genannt, weil es in braunes Rindsleder eingebunden ist, in dem in erster Linie die Geschichte von Kuchullin und dem Rinderraub von Kule erzählt wird. Kuhullin ist auch derjenige, der hier dargestellt ist, in einer Illustration des Malers Leyendecker aus dem Jahre 1916, zusammen mit seinem Wagenlenker. Und ferner haben wir noch das Buch von Lenster. Alle diese Manuskripte kommen erst im 11. bis 12. Jahrhundert, gehen natürlich auf ältere Texte zurück. Die literarische Vermittlung kam hauptsächlich über eine irische Adelige, Lady Augusta Gregory, die Anfang des 20. Jahrhunderts zwei Nacherzählungen verfasste, einmal die Geschichte von Kuchullin von Murtemne 1902 und Gods and Fighting Men über die Tuachidanoon. Von den etwa 300 Büchern aus Tolkiens Privatbesitz, die sich heute in der Bodleian Library in Oxford befinden, sind etwa ein Drittel den keltischen gewidmet. Das sind in erster Linie Bücher über keltische Sprachen, walisisch, alt- und mittelirisch, gälisch und bretonisch, sowie Bücher über irische und walisische mittelalterliche Literatur zusammen mit Übersetzungen, Editionen und sogar Faximiles von Texten. Die meisten wurden gekauft zwischen 1920 und 1926. Tolkien kaufte damals vorwiegend antiquarische Bücher. Für 1923, 1924 und 1925 schrieb Tolkien auch den Literaturbericht Philology, General Works für das Jahrbuch The Years' Work in English Studies, unter anderem mit Diskussionen über englische Ortsnamen und deren keltische Wurzeln. Wenn er also sagt, dass er das Irische studiert habe, wenn auch mit wenig Erfolg, so muss man das, glaube ich, in Relation zu seinen anderen Sprachkenntnissen setzen. Walisisch konnte er sehr gut, insbesondere das historische Walisisch. Das war für ihn in erster Linie die keltische Sprache. Die walisische Mythologie ist vor allem aus einem größeren Sammelwerk überliefert, dem sogenannten Mabinogion. Das ist eine spätere Bezeichnung. Was sie genau bedeutet, weiß man nicht, möglicherweise die Geschichte einer Jugend oder die Geschichte eines jungen Mannes. Sie zerfällt in zwei größere Teile. Der erste Teil, die sogenannten vier Zweige des Mabinogi, sind vier Sagen um die walisischen Halbgötter aus den Häusern Don und Lyr, lose verbunden durch die Figur des menschlichen Helden Prederi. Die erste Geschichte, Poole, Fürst von David, erzählt die Geschichte eines menschlichen Königs, der mit dem König von Anun, Aron, ein Jahr lang die Herrschaft tauscht. Das heißt, er herrscht zu dieser Zeit in der Unterwelt und Aron herrscht dann in Wales. Brunwen, Tochter des Lyr, ist die Geschichte einer Rache und außerdem gibt es noch Manawethan, Sohn des Lyr und Maas, Sohn des Masonwi. Viele von diesen Figuren finden Parallelen in der irischen Mythologie, so ist zum Beispiel Manawethan, Fab Lyr, kein anderer als die irische Manaunon Maclir, einer der Tuasa-Jedanaun, der nach deren Überlieferung auf der Isle of Man wohnt. Ergänzt werden diese vier großen Geschichten durch eine Reihe von kürzeren Sagenerzählungen, die zum Teil schon von der französischen Romanze beeinflusst wurden. Der Traum des Maxen Mledig, Maxen Mledig ist kein anderer als Magnus Maximus, ein römischer General, der von Britannien aus auszog, um Kaiser zu werden, aber es nie bis nach Rom schaffte. Lyd and Hluvelis, Killuch und Olben und der Traum Ronapuis. Insbesondere Killuch und Olben, die Geschichte einer Brautwerbung, werden es noch zu beschäftigen haben, da sie Parallelen zu der Geschichte von Werden und Lusien aufweist. Ergänzt wird dies durch drei Erzählungen Erzählungen aus dem Kreis von König Arthus, die Herrin des Brunnens, Peredur, Sohn des Evraug und Gereind, Sohn des Erbin. Was es mit den Triaden auf sich hat, darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Auch hier die Frage, woher wissen wir von der walisischen Mythologie? Hier gibt es in erster Linie zwei Bücher aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Aus dem roten Buch von Hergest. Aus dem roten Buch von Hergest ist auch das Textbeispiel, das hier abgebildet ist. Auch hier kam die literarische Vermittlung über eine Adelige, nämlich Lady Charlotte Guest, die bereits 1838 eine englische Übersetzung, in diesem Fall des Mavinogion, herausbrachte. Auch diese ist immer noch ganz gut lesbar. In einem Text über das finnische Kalleballer schrieb Tolkien, dass dessen Zurückhaltungslosigkeit und Übertreibung an die Geschichten des Mavinogion und andere walisische und irische Quellen erinnerten. Doch er fand die walisischen Geschichten zugleich absurder und nicht so absurd. Er sagt, sie sind absurder, denn sie sind, zu dem Zeitpunkt, da wir sie vorfinden, weniger frisch, als sie einst waren. An vielen Stellen liegt ein dicker Staub auf ihnen, von nicht mehr verstandener Tradition, Ketten von Namen und Anspielungen, die keine Bedeutung mehr haben. Doch auf der anderen Seite sind die walisischen Geschichten weit weniger absurd, denn die gemalten Bilder haben mehr Technik, ihre Farben sind klug, ja wundersam geplant, ihre Figuren sind geschickt, zusammengestellt. Wie man dem Gesagten bereits entnehmen kann, kam die Wiederentwicklung der Kelten in mehreren Phasen. Ein Vorläufer war gewissermaßen James McPherson mit den Werken Ossians, Nacherzählungen irisch-gelischer Stoffe, die aus authentischen Übersetzungen eines schottischen Barde namens Ossian ausgegeben wurden. Das ist die gleiche Person, die in Irland als Ossian, der Sohn von Finn, bekannt ist. McPherson machte allerdings gewissermaßen den Fehler, dass er diese als authentische Übersetzungen ausgab und der berühmte Dr. Samuel Johnson killte das mit einem einzigen Satz, in dem er nämlich sagte, nun ja, dann möchte ich gerne die Originale sehen. Originale gab es aber nicht. Die Überlieferungen waren zwar echt, aber die Texte waren von McPherson. Er hat zwar versucht, einige von diesen Texten ins Gelische zurückzuübersetzen, aber dann ist man ihm dann schließlich doch auf die Schliche gekommen. Aber dieses Buch hatte eine unglaubliche Wirkung. So lässt Goethe seinen Werter sagen, Ossian hat in meinem Herzen den Homer ersetzt. Und genau das war natürlich beabsichtigt. Im Rahmen des Historismus des 19. Jahrhunderts gab es auch ein Aufgreif in keltischer Motive, in Kunst und Architektur und eine Aufbereitung von Quellentexten, etwa die besagten Mabinogion-Texte von Lady Charlotte Guest. Das ist auch die Zeit, wo zum Beispiel in Deutschland die Brüder Grimm Märchen sammelten. Eine Beschäftigung wieder mit der Vergangenheit und mit vor allen Dingen der Folklore, die ein Teil der romantischen Bewegung war. Dann gab es noch eine politische Bewegung, und zwar etwa ab 1900 in Irland, und zwar im Rahmen der Unabhängigkeitsbeschreibungen, wo man sich dort auf die irische Tradition besann. Und dort sind Autoren wie eben Lady Augusta Gregory, aber auch William Butler Yeats und Lord Danzani zu nennen, die sich alle auf die eine oder andere Weise keltischer Motive bedienten. Auch Tolkien war in diesem Sinne ein Romantiker. Er schrieb zum Konzept seines Werkes 1951 und zwar sollte es, wenn mir dies gelänge, die helle, ungreifbare Schönheit besitzen, die manchmal keltisch genannt wird, obwohl sie sich in echten altkeltischen Dingen nur selten findet. Er wusste also schon zu differenzieren zwischen dem, was ursprünglich keltisch war und dem, was in seiner Zeit und dem vergangenen Jahrhundert daraus gemacht wurde. Auch hier wieder ein Bild zur Illustration. Es ist von John Duncan und heißt The Riders of the Shear von 1911. Nach keltischer Überlieferung geht mit den Feiertagen Beltane und dem 1. Mai und Mittsommer eine Zeit des Zaubers einher, in der der Schleier zwischen den Welten drei Tage lang dünn wird und Sterbliche und Unsterbliche zwischen dieser Welt und der Anderswelt hin und her wandeln können. John Duncan war ein symbolistischer Maler, geboren in Dundee, Schottland. Von manchen als Mystiker, von anderen als Verrückter angesehen, behauptete er, er könnte beim Malen fiery music hören. Das Bild zeigte Reiter der Shear, also der Tourhard J. Danone, in der Mittsommernacht. Sie tragen zwei der vier Schätze von Irland, den Kessel des Daktar, hier als Kelch dargestellt, und das Schwert Nuadas. Sie sind aber sonst nicht eindeutig zuzuordnen. Man könnte hier in Parallelen zu den Waler bei Tolkien sehen, aber diese sind wohl eher den antiken und nordischen Göttern nachempfunden, zum Beispiel Manwe, dem Zeus und Tulkas Tor, beziehungsweise Ares, dem römischen Mars. Einer der prominentesten Götter der irischen Mythologie ist Lu Lawada. Die Römer identifizierten ihn mit Merkur. Als Mitglied der Tour Haji Danone wird Lu als Krieger, König, Handwerksmeister und Retter dargestellt. Er wird mit Geschicklichkeit und Meisterschaft in mehreren Disziplinen einschließlich der Künste in Verbindung gebracht. Seine häufigsten Beinamen sind Labada, das ist der mit der langen Hand, möglicherweise für seine Geschicklichkeit mit einem Speer oder seine Fähigkeit als Herrscher und Samil Danach, das heißt jemand, der gleichermaßen in vielen Künsten geschickt ist. Im Wallisischen entspricht diesem Schleilau Göffes, der Löwe mit der geschickten Hand, ein Magier und Krieger. Hier könnte man ein mögliches Vorbild für Fea nur nennen, der auch in vielen Künsten geschickt war. Einiges von dem, was wir bis jetzt gehört haben, können wir auf Tolkien übertragen. Wenn man etwa an die Invasionen Irlands denkt, so gibt es so etwas Ähnliches im Silmarillion, nämlich die Invasionen Beleriands. Auch dort erfolgt die Besiedlung in mehreren Wellen. Zuerst kommen die Elben, zwar erst die Vanya, Nolde und Tellery, die dann zu den unsterblichen Landen weiterfahren, dann die Cinda, die Grauelben, dann die Menschen der drei Häuser und schließlich zur Zeit der Kriege mit Morgoth, die Ostlinge. Ein anderes Motiv sind die Inseln des Westens, das Chirnanok, das Land der ewigen Jugend, das irgendwo im fernen Westen liegt als Vorbild für die unsterblichen Lande. Interessant ist auch, dass dort die Zeit offenbar anders abläuft als in unserer realen Welt, unserer irdischen Welt. Ein Motiv, das wir auch im Herrn der Ringe bei Inloth Nordien haben, aber auch in den unsterblichen Landen selbst, die in den späten Schriften von Tolkien noch einmal deutlich gemacht wird. Aus der Arthussage gibt es das Land Lionessi als Vorbild für das versunkenen Numenor. Auch Lionessi, wo Tristan aus der Arthussage herkommt, ist ein versunkenes Land, das an der Nordspitze von Cornwall lokalisiert wird, wo heute die Skilly Islands liegen, die in der Tat auch noch heute langsam im Meer versinken, über die Jahrhunderte. Tolkien schrieb sein ganzes Leben über auch Gedichte mit einem wiederkehrenden Motiv, nämlich die Fahrt nach Westen. Diese Gedichte reichen über einen Zeitraum von fast sechs Jahrzehnten. In dem Gedicht The Nameless Land von 1924 wird dieses Land beschrieben mit dem Vers Such loveliness to look upon no brand or brandon ever won. Das heißt, hier sind deutlich die Seefahrer aus dem mythischen Irland die Vorbilder. Es gab eine auf keltischer Tradition beruhende Vorstellung einer heidnischen vorchristlichen Anderswelt, die Angelsachsen ebenfalls kannten und auf die Werke wie Beowulf anspielten. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen den germanischen Legenden von Seereisen und der irischen Imram-Tradition. Sieht auch die Legende von Schill-Schäfing im Beowulf oder die nordischen Schiffsbestattungen der Könige. Die heutigängige Theorie, dass die keltische Insel der Seligen auf christliche Jenseits Vorstellungen zurückgeht, war zu Tolkiens Zeit nicht allgemein akzeptiert. Eriol, der Seefahrer aus den frühen Geschichten, der gewissermaßen ein Bindeglied zwischen den Welten darstellt, wird im Buch der verschollenen Geschichten als Sohn eines englischen Vaters und einer irischen Mutter geschrieben. In dem Gedicht The Death of St. Brandon von 1946, in dem der heilige Brandon selbst nach seiner Rückkehr in Irland von seinen Fahrten erzählt, finden wir bereits eine unlösbare Verbindung zwischen den Bildern der mittelalterlichen Legende und Tolkiens eigener Mythologie. On high we heard in the starlit sky a song but not of a bird neither noise of men nor angels voice but maybe there is a third fair kindred in the world yet lingers beyond the foundered land but steep are the seas and the waters deep beyond the white tree strand Wir hörten am Sternenhimmel hoch doch nicht von einem Vogel ein Lied weder Engelstimme noch Menschenlärm doch mag sein dass ein drittes es gibt ein schönes Volk das auf Erden noch Wald fern hinterm versunkenen Land doch steil ist das Meer und die Wasser tief jenseits des weißen Baums Strand Auch das Motiv der Fahrt als Metapher des Todes das wir in Bilbo's Last Song finden ist hier bereits angedeutet wenn Brendan selbst davon erzählt dass das letzte Land auf ihrer Reise jenseits der Welt liegt und dass die Luft dort so süß und scharf wie der Tod sei und das Gedicht endet auch mit Brendans eigenem Tod and his bones in Ireland lie und seine Gebeine liegen in Irland Ein weiteres keltisches Motiv das auf einen Text zurückgeht den Tolkien Tolkien sehr gut gekannt hat ist der Zug der Elben dem Frodo Sam und Pippin im Auenland begegnen er geht wahrscheinlich zurück auf die Verserzählung Sier Orfeu die im frühen 14. Jahrhundert von einem unbekannten Autor verfasst wurde das Laie wie man solche Balladen nannte entstand auf der Basis einer verlorenen Fassung eines bretonischen Autors Tolkien selbst hat es aus dem Mittelenglischen ins Neuenglische übersetzt das Land der Toten aus dem Orpheus Mythos ist hier zum Elfenland geworden aus dem der Elfenkönig kommt um die Dame Heorodis griechisch Eurydike zu rauben zum anderen hat Sier Orfeu anders als der Orpheus in der klassischen Vorlage bei seinem unterfangener Volk und holt seine Frau heim indem er den Elfenkönig durch die vereinten Kräfte von Musik und Ehre besiegt die berühmteste Passage des Gedichts ist das Bild der Elfen in der Wildnis die Orpheus als er halb wahnsinnig auf der Suche nach seiner Frau umherirrt wieder und wieder vorüberziehen sieht und im original Mittelenglisch hört sich das so an um Tolkien's Übersetzung zu zitieren auf Deutsch klingt das etwa so er sah bei sich vorüberreiten oft zu den heißen Mittagszeiten den König von Feiri mit seiner Schar zum Jagen in den Wäldern da mit fernem Ruf und Hörnerschall und bellenden Hunden in großer Zahl doch nie ein Tier erlegten sie und wohin sie zogen wusste er nie die Quelle ist hier eine hochmittelalterliche Überlieferung klassisch antiken Ursprungs überformt durch die höfische französische Tradition im Stil möglicherweise sogar in Übertragung der bretonischen Lies der Dichterin Marie de France Tolkien selbst schrieb ein Lai eine Ballade The Lay of Outro in Itron im Stil der Marie de France und er übernahm die Versform auch für sein unvollendetes episches Gedicht The Lay of Lythian die Geschichte von Bernda und Lucien Keltisch geprägt ist auch die wesentliche Sprache der Elben und der Menschen des Westens im Herrn der Ringe Tolkien hat das Sindarin bewusst dem Wallisischen angenähert um so einen ähnlichen Effekt zu erzeugen wie es das Wallisische gegenüber dem Englischen hat fremd klangvoll und irgendwie zugleich vertraut er schreibt die lebende Sprache der westlichen Elben Sindarin oder Grauelbisch ist die zumeist vorkommende besonders in Namen sie hat einen mit dem Quenya gemeinsamen Ursprung aber die Veränderungen sind bewusst darauf angelegt ihr einen Sprachcharakter ähnlich dem britisch-wallisischen doch nicht damit identisch zu geben weil dies ein Charakter ist den ich in manchen Aussageweisen sehr attraktiv finde und weil er den ziemlich keltischen Typ der Sagen und Geschichten die von seinen Sprechern erzählt werden gemäß zu sein scheint Tolkien war sich also durchaus bewusst dass die Geschichte auch die Geschichte vom Herrn der Ringer von einem ziemlich keltischen Typ ist Erzählmotive finden wir besonders deutlich in der Geschichte von Tinoviel die Geschichte von Bernd und Lusien die Begegnung zwischen Bernd und Lusien zwischen also dem Menschen und der Elbenmaid erinnert an die Ballade von Thomas dem Reimer unter anderem bekannter durch das Theodor Fontane sie ins Deutsche übertragen hat also eine alte englische Ballade wo eben der Sänger Thomas in den Dienst der Elbenkönigen tritt und ihr sieben Jahre dienen muss und als er zurückkommt ist sehr viel mehr Zeit vergangen als im Elbenreich die Flucht Lusiens und Bernds hat Vorbilder in den irischen Geschichten dort gibt es die Motive der Brautwerbung Entführung oder Verfolgung Tochmark Ahet oder Toriacht und Killuch und Olben eine der kleinen Erzählungen des Mabinogion enthält eine ebenso unmögliche Brautwerbung wie bei Bernd das heißt auch da ist es so dass Killuch Olben die Tochter eines Riesen heiraten möchte und der Vater der Braut gibt ihm eine unmögliche Aufgabe die er dann trotzdem erfüllt so ähnlich wie König Singol es von Bernd verlangt er soll ihm einen Silmarill aus der Krone Morgos herausbrechen und bringen und die Jagd nach dem Wolf Karcharos erinnert an die Jagd nach dem Eber Turch Truis oder auch an die Jagd nach dem Koledonischen Eber die Humä und Hesiod bekannt war und deren Geschichte der römische Dichter Ovid in seinen Metamorphosen erzählt In derselben Geschichte gibt es auch geografische Elemente die an die Sagen des alten Irland erinnern so wie sich die Tuahajidana nach ihrem Krieg gegen die Fomoria schließlich in die Shii die hohlen Hügel zurückzogen sind auch die Hallen von Menegoth ein unterirdisches Reich und das ganze verborgene Reich Doryas ist ebenso wie die Anderswelt nur über eine Schwelle durch den Gürtel Melians zu erreichen es ist sozusagen eine Welt in der Welt ähnlich wie später Los Lodian Lucien ist vom Typ her die weiße Frau Olven in der Geschichte von Kilo und Olven deren Name bedeutet eben nichts anderes als weiße Frau in der gleichen Geschichte gibt es auch Verwandlungen in Tiergestalt Lucien und Berlind verwandeln sich in einen Vampir beziehungsweise einen Wolf ähnlich haben wir es in der irischen Sage haben wir die Kinder Lirs die als Schwäne verzaubert werden oder Gwydion und Gülfaisre im Mabinogion in Gestalt von Wölfen und wir haben es auch mit Wiedergeburt in verschiedener Form zu tun ein keltisches Motiv das sogar das Wappen von Irland ziert ist die Harfe und im Laisian Lied haben wir eine Triade von elbischen Harfnern walisische Triaden sind Merksprüche die auf historische und mythische Traditionen zurückgehen sie sind überliefert in mehr als einem Dutzend Manuskripte aus der Zeit des 13. bis 17. Jahrhunderts die Triaden stammen von walisischen Barden die sie als Gedankenstütze für ihre Abfassung von Gedichten und Geschichten einsetzten jede Triade nennt unter einem Oberbegriff zum Beispiel die drei berühmtesten oder die drei schrecklichsten oder die drei unmöglichsten Dinge drei Namen die etwas gemeinsam haben die einzige Triade in Elbengeschichten findet sich wie gesagt bezeichnenderweise in der Geschichte von Bernd und Luthien dort heißt es Such players have there only been thrice in Elfinis I win Tinfangelion who still the moon and chants on summer nights in june and kindles the pale firstling star and he who harps upon the far forgotten beaches and dark shores where western foam forever roars Maglor whose voice is like the sea and Tyron mightiest of the three solch spieler gab es nur an zahl in elf land ihm ich dünkt dreimal den Vangelion der den mond verzaubert der am himmel thront und den ersten blassen stern entzündet und jener dessen harfe kündet von fernem ufer und dunklem land wo ewig tost die gischt am strand Maglor dessen stimme wie das Meer und Dairon aller dreien Herr die harfe spielt auch eine wichtige rolle bei der begegnung von menschen und elben als die menschen aus dem osten nach belerian kommen ist es finrod fehlergund der als erster auf sie stößt dort heißt es lange sah fehlergund ihnen zu und neigung regte sich in seinem herzen doch blieb er zwischen den bäumen verborgen bis sie alle in schlaf gesunken waren dann trat er zwischen die schlafenden und setzte sich an ihr verlöschendes feuer an dem niemand wache hielt und er nahm eine klobige harfe zur hand die beor beiseite gelegt hatte und spielte darauf eine musik wie sie die ohren der menschen noch nicht vernommen hatten denn niemand hatte sie noch in dieser kunst unterwiesen außer den dunkel elben den wilden wäldern nun erwachten die menschen und hörten fehlagund zu wie er spielte und sang und jeder meinte ihm träume bis er sah dass auch die gefährden an seiner seite wach waren doch sie sprachen und rührten sich licht solange fehlagund spielte so schön und voller wunder waren seine musik und sein lied im hobbit ist es Thorlin Eichenschild der königserbe der in beutels ent konzert der zwerge die mit sich führen konnte aber tatsächlich gab es so etwas wie eine reiseharfe die in einem beutel getragen wurde die amerikanische autorin diana l paxton die mich vor vielen jahren einmal besuchte führte ein solches instrument mit sich und ich kann mich noch gut erinnern wie mein kollege stefan bauer und ich das ding den drachenfels hinauf geschleppt haben wo diana dann das liebe lungenlied auf mittelhoch deutsch auf der harfe anstimmte und sang auch sier orfeo war übrigens ein harfner zum schluss erprobte die treue seines hofes in dem er verkleidet auftritt und behauptet die harfe die sofort als die königliche erkannt worden ist gefunden zu haben sein volk bricht im glauben ihr könig sei gestorben in klagen aus orfeo zeigt sich und das königreich wird ihm zurückgegeben auch die valiser haben ein nationalsymbol nämlich den roten drachen und ihn finden wir an einer stelle wo wir ihn vielleicht so nicht vermuten nämlich in der geschichte von roverandum dort heißt es alle weißen drachen kamen ursprünglich vom mond wie ihr vermutlich wisst doch dieser war früher schon mal auf der erde gewesen so hatte er das ein oder andere gelernt er bekämpfte den roten drachen in care dragon zu merlins zeit wie ihr in allen aktuelleren geschichtsbüchern finden werdet danach war der andere drache sehr rot später richtete er viel unheil in den drei inseln an und danach lebte er eine zeitlang auf dem gipfel des snowden zu der zeit sind die leute lieber nicht dort rauf gestiegen bis auf einen und der drache fand ihn als er gerade aus einer flasche trank der Mann nahm so schnell reiß aus dass er die flasche auf dem berg liegen ließ und diesem beispiel sind seitdem viele leute gefolgt aber erst nachdem der drache nach gwinfa fortgeflogen war einige zeit nach könig arturs verschwinden zu einer zeit als drachenschwänze von den sächsischen königen als große delikatesse angesehen wurden letzteres ist natürlich eine anspielung auf den drachen chrysophilax denn in dem fall war es wohl so dass sich dann der drach und der drachentüter einigten und dann wurde eben am königshof statt eines echten drachenschwanzes ein entsprechender kuchen präsentiert und auf die drachenglauerung aus dem dymarillion und smog brauche ich wohl nicht eigens hinzuweisen die werden jedem der sich mit Tolkien beschäftigt hat vertraut sein in seinem vortrag englisch und welsch gehalten einen tag bevor the return of the king veröffentlicht wurde bezieht sich Tolkien auf den herrn der ringe wenn er sagt die lang verzögerte veröffentlichung eines großen bergs wenn man es so nennen kann in der darstellung die ich am natürlichsten finde wovon ich persönlich viel aus dem Studium keltischer Dinge empfangen haben jetzt verstehen wir wie das gemeint ist wie sehr Tolkien den keltischen Vorbildern verpflichtet ist wurde auch in der Rezeption immer wieder betont so schreibt Marjorie Burns in Misslaw 1989 Lothlorien mit seiner mystischen Zeitlosigkeit ist stark keltisch im Ton desgleichen die Totensümpfe und die Pfade der Toten auf weniger angenehme Art Marie Barnfield in Mallon 1991 wenn Tolkien den Namen der Elben aus dem tartonischen Mythos nahm dann zog er ihre Seele aus der irischen Legende aus der irischen Legende kommt auch die Geschichte ihrer langen Niederlage das Motiv ihres Verblassens Kommen Kommen wir kommen wir zu einer Anwendung das heißt zu der Folge die vielen keltischen Elemente und Motive bei Tolkien im Film gehabt haben Flechtwerk wie bei den ihren finden wir insbesondere in der Architektur von Rivendell von Bruchtal dieses Maßwerk ist mancher Hinsicht gotisch in der Anmutung mit Elementen des Jugendstils der sich wiederum auch stark an vegetabilen als an pflanzlichen Strukturen orientierte in der Vorstellung der Romantik im 18. bis 19. Jahrhundert wird die gotische Kathedrale als Wald gedeutet durchflutet von Licht mit den Säulen und Diensten als steingewordenen Bäumen der Spitzbogen gilt als natürliche gewachsene Form im Gegensatz zu den konstruierten Formen der Romanik und der klassischen Antike die etwas von einem modularen Baukasten haben Flechtwerk finden wir auch bei den Reitern von Rohan in der Architektur Vorbild bei dem Dekor der Goldenen Halle ist freilich eher der sogenannte Ringarike Stil ein Wikinger zeitlicher Kunststil aus Skandinavien sein Verbreitungsraum reicht vom Anfang bis zur zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts er setzt sich aus drei Motivbereichen zusammen Menschen- und Tierdarstellungen Pflanzendarstellungen insbesondere Ranken und Blätter und geometrische Figuren wie Kreise Dreiecke und Spiralen Durch die dänische Eroberung und Einbeziehung mit das Nordseereich Knuts des Großen der 1016 bis 1035 auch König von England war verbreitete sich dieser Stil auch in England und da die angelsächsische Buchkunst traditionell Rankenmuster benutzte ließ sie sich recht einfach mit dem Ringarike Stil vereinigen In der Kleidung und im Dekor der Innenräume sehen wir freilich wieder eher keltische Flechtmuster wohl auch weil sie für die raumgreifende Ornamentik des Rankenwerks nicht so viel Platz boten Hier sehen wir zum Beispiel in der Tür hinter Eowin ein typisches keltisches Flechtband und auch in ihrem Gürtel und in der Ornamentik von Theoden am Saum seiner Tunika gleichfalls laufende keltische irische Elemente kommen wir nun zum Fazit 1943 schreibt Tolkien in einem Brief noch über Patriotismus Denn ich liebe England nicht Großbritannien und gewiss nicht den britischen Commonwealth Die ursprüngliche Idee eine Mythologie zu entwerfen die ihr England widmen wolle entwickelt sich allmählich von einem Anglozentrismus zu einer Konzeption die auch britische im Sinne von keltischen Elementen beinhaltet Hierbei ist vor allem die mittelalterliche Literatur typ bildend die bereits eine Vermischung von angelsächsischen inselkeltischen und französischen Elementen aufweist So weist bereits das Buch der verschollenen Geschichten keltische Elemente auf The Lost Road verbindet ausdrücklich die angelsächsische mit der irischen Tradition insbesondere in der Figur des Seefahrers Die Sindar werden immer mit einer Sprache assoziierte den Walisischen ähnlich ist Die berühmteste Legende der Sindar die Geschichte von Bernard Luthien ist eine Geschichte keltischen Typs mit irischen walisischen und französischen Vorbildern Tolkiens Welt Mittelerde widerspiegelt somit die Geschichte der britischen Inseln mit einer Mischung von Völkern Sprachen und Kulturen die zur Entstehung der Nation beitrugen In das Buch der verschollenen Geschichten schreibt Tolkien dass nur nur verstümmelte Geschichten erzählen Andersherum betrachtet könnte man sagen dass Tolkien versucht hat die wahre Version der Geschichten zu erzählen die in England und Wales nur entstellt überliefert sind und dass somit seine Mythologie für England letztlich eine imaginäre Rekonstruktion keltischer Mythen ist Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag Ich bedanke mich